wir müssen ganz leise sein herzlich willkommen zurück zu the last of us so wir werden gesucht von nämlich einigen feinden hand dann zu heißen die kerle jetzt hoffen wir mal dass wir so ohne probleme da und kriegen ich zieh es scheiße ich muss mich mal kurz wieder heilen ich weiß da ist noch einer das sind noch mehr da hat sie noch mehr egal ich halte das problem ich habe keine ahnung ich habe keinen überblick wie viel dass wir sind könnt die texte ja selber lesen wenn ich die videos anhalte wenn er das video anhaltet wenn er war wir haben noch dann noch ein bisschen solen munition die frage ist wo ist der ja ja Scheiße. 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 Wir sind jetzt alle, oder? Da. Ich hoffe, dass es durch der eine ist. Das ist jetzt alles. Scheiße, halt da. Gehen wir nicht auf die Nüsse. Gute Nacht. Oh Leute, wie viel habt ihr? Ich glaube, wir haben sie alle. Oh, was für ein Türchen auf? Oh yeah, das hat sich ja schon gelohnt. Wir räumen mal auf. Komm mal, das ist doch schön. Ja, 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 ja. Schönen Lootraum hier. Wunderbar. Das hat sich definitiv gelohnt hier. Also dann war das Halterbo für mal. Wenn ich nicht vorhanden habe und nicht zum Kissen weglaufe? Ja, dann wäre es ja nicht. Hm, hm, hm. Alles mitnehmen. Mal hier mal... Mal hier mal... Mal hier mal... Mal hier mal ein bisschen umgucken. Schau mal, haben wir jetzt keine mehr. Oder doch. Mäh, die geht zumindest noch. Mäh, die geht es immer gut. Mäh, die geht es immer gut. 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 Aber scheinbar gibt es oben aber noch was. Nee, gibt es nicht mehr. Okay. Ich weiß noch nicht, wonach wir jetzt explizit noch suchen. Okay. 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 Ich muss mich halt umgucken. Ich weiß nicht, ob wir noch versuchen. Das kann ja theoretisch sein, dass wir hier noch irgendwas übersehen haben. Okay. Also doch richtig. Er hat gemerkt, du bist so blöd, du kommst nicht weiter. Dann probieren wir mal so. Kommt die Uschi? Ja. Hier ist leider schon alles zu. Okay, ich schau mal ein bisschen dort nach oben. Pass gut auf, wenn du es dringst. Hm. Ich glaube, es sind noch zwei oder so. Das nur die zwei sind, es ist machbar. Okay. Wir haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaub nicht. Dann weiter. Na komm. Ich schaffe den Sprung nicht. Wenn du mir rausgehst, kann ich das gut bewegen. Hm. Wollt ihr wo? Ja. Ja. Ich bin räumlich hier nicht wirklich alleine rein. Warte hier. Mal sehen wo das hin. Ja. 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 Ich habe jetzt aber bewusster. Ja. 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 Was für eine Kacke. Ja. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Was war das? Was war das? Soll er rüber müssen, ne? Soll er rüber müssen, ne? Soll er rüber müssen, ne? Ja, ich hab mich länger nicht gewaschen. Was bist du hier auf dem Café? Na ja, ein Dauer. Und was hast du bestellt? Nur, nur Kaffee. Jede wette, dass die zwei noch da sind. Alles klar, Ellie, komm runter. Edel, war noch etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich?